was zur hölle alter wie geil schweres krieg schiff lasst mal die großen durch wir müssen die außenposten der knochengarde vor dem eintreffen meiner kriegsschiffe ausschalten wir belagern die außenposten der knochengarde an diesem großen see mit landeinheiten vergesst die kanone nicht okay bleibt mal hier stehen ja danke danke die fans und so weiter und arzt darf auch hierhin zwei können wir uns aber gerade leisten also bauen erst mal zwei kanonen könnt ihr hier was neues ja ein update warum nicht ihr schnappt euch jetzt hier oben die ressourcen reiter update warum nicht dass die wenn ich die benutze muss es ja auch ausbauen und sonst hier gerne noch ein paar dorf bewohnen auch hier der bewohner lebenspunkte angriff steige interessiert mich jetzt nicht jetzt mal den bär weg da muss doch hier irgendwie schatz und hier stelle mal zur sicherheit mal zwei reiter rein so sollte doch laufen ihr haut jetzt einfach mal frech während ihr hier einfach vorbei patrouilliert oder auch nicht kann ich nochmal welche bauen ja eine reich verstärkung von washington weiter zum zweiten außenposten ich habe doch mal ein schiff gekriegt karperschiff 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 karperschutz karperschiff karperschwene karperschwene haben wir eigentlich auch den schwan auf der zockathon kein nerf an hier ein bisschen ballern das tut weh das tut weh läuft dumm nein 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 marine gewinnt an stärke wir müssen diese außenposten ausschalten ja apropos marie da steht auch noch militär ballert mal die wölfe weg einfach mal ein bisschen die wölfe killen und dann mal ein bisschen hier schatz einsacken und nicht rumscheißen eure kanone gekriegt da oben eigentlich ich krieg sie nicht weil ich keine häuser fragezeichen ich habe keine seltener ich habe keine seltener okay feuerfrei so da kann man update fahren das macht noch sinn das vielleicht geworden jetzt wird sie definitiv gebaut hier löcher einschießen auf geht's wir holen uns noch mal kann nun irgendwie ja keine gegenwärter ein bisschen planlos was ich hier mache ach ja das mache ich doch schon die ganze zeit eigentlich eine größere reichweite so eine special angriff aua ist ja gut jetzt hör auf zu schießen jetzt guck dir mal was mit denen da los ist in der mitte einfach so ein paar cowboys rum donald trump würde sagen demokraten ok die insel scheint mir zu gehören zurück wir sammeln uns hier können wir mittlerweile update fahren ja wir nehmen fischerboote und 400 holzindustrie wir nehmen ja komm mach jetzt weiß ich auch nicht warum die so aggro waren es ist ja wirklich nicht so viele ressourcen auf der insel ja wollte vielleicht einsteigen komm komm immer noch fasziniert wie viele truppen da auf die schiffe gehen was jetzt los pack ja dann hafen da wollen wir gleich mal anlegen Wir können Warwick erst dann im nächsten See herausfordern, wenn alle meine Schlachtschiffe hier sind. Okay. Kein Problem und so. Die Kanonen dabei. Ich muss das jetzt hier in Ruhe. Ich habe auch keinen Plan, wie ich die Schutzschilde einsetzen soll. Tendenziell sollten sie an die Front, ja. LOL. Warte mal. Ja, los. Kämpft irgendwie. Er steht auch nur rum. Sekundäres Ziel entdeckt. Was? Ich darf kein einziges Schiff verlieren? Okay. Was ist denn das? Imperiale Fregatte. Krass. Was zur Hölle? Alter, wie geil. Schweres Kriegsschiff. Lasst mal die Großen durch, Jungs. Komm, wir schießen mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, was passiert. Komm mal, wir diesen hier und wir müssen mal diesen hier. Trotzdem könnten wir diese Riesenschiffe ein bisschen unterstützen. Ist das mit euch? Kommt mal da weg. Das geht gar nicht schnell, glaube ich. Oh, ich habe mir ja auch noch. So, jetzt werde ich ihn gleich triggern, wahrscheinlich. Warte, erst mal hier. Schließen. Ach, du brauchst da gerade einen Turm. Oh, nicht. Oh, nicht. Ich bin bereit. Nein. Guckt, dass ihr die Hanone wegschießt. Komm, hier reinballern, dann fallen ein paar um. Schon wüsste ich. Und Kanonenkugeln. Was ist denn das hier? Ich bin noch ins nächste Zeit, Alter. Ich sollte auch die Truppen, die ich da dabei habe, nach Möglichkeit ausbauen. Ich säcke, 16 Arbeiter, die nichts zu tun haben. Gar nichts mehr. Oh, noch mehr Schiffe. Ähm. Ihr könnt auch mal Schiff... Ihr könnt mal Schiffen gehen. Sammeln, sammeln, sammeln. Ihr schießt mal auf... Wölfe. Okay, ihr da jetzt zu fünft seid... Oh, das ist wieder auf. Ich kriege die Grieße. Das ist ein Mörserschiff. Noch besser. Sammeln, skippen. Hey, 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 was macht ihr da? Doch nicht so geil, hm? Da muss man mit euch erst irgendwie zielen. LOL. Komm, Moment. Wir holen. Aha, 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 aha. Geht nicht? Doch. Schaut mal, da ist eine Kanone, Leute. So. Wo sind die Mörser? Das ist ein Mörser. Toll. Wir brauchen... Nee, nicht dich. Wir brauchen dich. Komm mal her. Und dann kannst du auch gleich die Mörser mitnehmen. Aufsetzen, wir haben noch nichts zu tun. Yes. Yes. Komm, Moment. Imen, also. Yes. Komm, Moment. Recht. Yes. Yes. Imen, recht. Unten. So. Ready, yes. Oh, kein Mörser. Komm, Moment. Komm, Moment. Feuer. Nein. Da hätte einer gereicht. Jetzt die Kriegsschiffe vor. Kriegsschießt da drauf. Und lässt es mit auch an einer Spezialfunktion. Feuer. Shepard ist aber richtig hier. So, wo sind meine Mörser? Da unten wieder. Warum da unten? Sammelpunkt für Militäreinheiten. Hier. Ja. Habe ich doch glatt wieder den Alkohol vergessen? Ready. Komm, Moment. Und hier jetzt dann alle Truppen verloren. Ja, ich bin da. Komm, Moment. Ich bin da. Ready. Komm, Moment. Komm, Moment. Warte mal, das könnte mir noch gefährlich werden. Nee. Komm, Moment. Was eingenetzen. Noll. Die Boote auch noch. Dann machen wir das doch nochmal. Schieß mal auf die. Du schieß mal auf die. Das habt ihr überlebt. Okay. Sogar locker. Dagegen war das jetzt nicht effektiv. Das arme Shit. Kann man eigentlich in Assassin's Creed Valhalla auch wieder Shit fahren? Spielen wir dann übrigens am Dienstag. Im Stream. Nein, du kannst doch auch bestimmt gut kämpfen. Das ist nicht. Haben wir doch schon. Wollen wir dann hätten doch eh nur die Schiffen. So, wir laden euch trotzdem nochmal über. Wir setzen. Doch. Warwick's Truppen sind besiegt. Er selbst aber ist entkommen. Das hätte ich auch einfacher haben können. Okay, schon verstanden. Das alte Age of Empires von 2007 habe ich noch im Schrank. Ob man das auf Steam auf die 20, 20 Bisschen updaten kann? Nein, kannst du nicht. Ich werde ihn dort begraben, wo auch die anderen fehlen. Du musst schon neu kaufen. Nein. Das mache ich. Warwick's Spur ist noch frisch. Er fliegt Richtung Westen durch die Prarie. Wir können ihn noch erwischen. Nonaki kommt nicht mit. Das hier wird böse enden und das soll sie nicht mit ansehen. Einverstanden. Du weißt schon über uns Bescheid, nicht wahr? John Black, ich hätte dich nicht als Gemahl für meine Schwester ausgesucht. Sie braucht jemanden, der beständiger ist. Aber sie entscheidet, wen sie liebt. Und ich stelle mich nicht zwischen euch. Okay, Stufe 11. Anpassen. Im Heimathafen könnten wir dann vielleicht... Heute habe ich es irgendwie mit grünen Dächern. Keine Ahnung. Ach Gott, das habe ich schon freigeschalten. Ja, toll. Hier ist immer blau. Kathendrale ist auch grün. Hier sind wir... Hier haben wir noch nix. Grün. Aber... Ehrlich, was soll der Scheiß? Wow. Jetzt haben wir da was hängen. Verstehst du nicht? Zwei neue Karten. Geht da vielleicht irgendwas? Lebenspunkte Kavallerie. Dorfmiliz. Indische Weisheit. Warte mal, warte mal. Was haben wir hier vor? Entsendet eine... Einen Fortwagen in die Kolonie, der es ihnen ermöglicht, ein mächtiges Fort zu errichten. Ja, klar will ich das haben. Reitschule. Gewürzhandel, Silberschmied. Was bringt mir das? Nö. Steinmetz. Nö. Zwei Schiffe anfordern. Ja, bestimmt ganz cool. Hier, 14 Musketiere. Ach komm, wir machen mal Lebenspunkte Kavallerie. Ich weiß es nicht. Okay, weiter.